So, ähm, wie stelle ich eine Kiste auföffentlich? So, jetzt bin ich am überlegen, was ich machen könnte. Also, ich frage mir oben den Wald ab, soviel steht fest. Du könntest vielleicht... Das irgendwie begradigen. Genau. Ich hab ne Idee, wir könnten die Folge was länger machen und dann halt... Vielleicht fang ich auch an mit Begradigen und dann machen wir daraus ne Timelapse. Mhm. Mhm. Ähm... So... So... Ähm... Ich hab mir jetzt schon was gesagt... geantwortet. Ja, so, ähm... Ja, so, äh... Äh, äh, auf welche Ebene soll ich das Ganze bringen? Äh, keine Ahnung. Auf Kistenebene? Alles willst du nicht machen, oder? Nee, nur hier unten erst ein bisschen. Ich würde von den Stinkkisten bis zur Säule und dann... ja, die Ebene halt die Flasche. Ja. Gut, dann, ähm... Ja. Dann müssen wir eigentlich gar nicht einebnen so richtig. Doch, das ja. Dann brauchen wir ja keinen Timelapse draus machen für das bisschen. Äh... Weil du hast sonst nichts, was du runtergraben musst, dass das... So, ähm... Ich hab keine Erde mehr. Juhu, Tag. Mhm. Theoretisch könnten wir auch einfach später... Weil wir werden mit der Erde auf gar keinen Fall auskommen. Einfach unten drunter sozusagen hohl ausheben. Mhm. Weil was unten drunter ist, ist eigentlich eh kackegal. Oder? Ja, stimmt. Ah, los, gott auch noch raus, okay. So, ich guck mal an, ob wir einen Keller machen wollen, oder sowas. Ja, selbst wenn. Wenn einen Keller machen willst, musst du eh ausheben. Ja. Also... Ob du dann jetzt zum Einen ebnen aushebst, oder... Später, das ist dann... Mhm. Hä, du machst es schon zu hoch? Nein, nein, das ist doch hinter der Kisten, haben wir doch gesagt, oder nicht? Oder ist es zu hoch? Nee, okay, nee, ist falsch. Ja, die... Ich brauche Erde, 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 Erde. Hier hinten in den Bunker, da hab ich irgendwo schon angefangen. Bunker? Ja, hier, 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 hier. Neben dem Wasserloch. Achso. Atomschutzbunker, dort. Ja. Ich brauche nach Absidien rein. Hm. Nicht Bad Rock. Okay. Stimmt, das könnten wir sogar mit nem Trick hier drauf abbauen. Mhm. Wenn wir Glück haben, und der Trick erlaubt ist. Bisschen die eh nicht, ne? Ja, nee, überprüfen kann's eh keiner, wie wir den bekommen haben. Äh, nur wenn du Pech hast und dabei erwischt wirst, äh, danach erwischt wirst mit dem Obsidian, den Bad Rock. Bad Rock. Kann sein, was du dafür gebannt willst. Ja. Darf ich nicht wirklich, brauche drauf. Mhm. Was? Äh, Anna will, äh, Anna will sich zum Mittelportieren. Äh, nö. Wieso solltest du dir das erlauben? Vielleicht so. Ich hab keine Ahnung. Ich will keinen Besuch haben, ja. Äh, was mich gerade interessieren würde, kann er uns hier schlagen? Nö. Für unser Gebiet. Können wir uns denn gegenseitig schlagen? Ja. 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 Alles kann nicht sein, dass wir ja das seit mal zusammen waren. Deswegen vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Är. Ha. Ja. Willi, Crypto. O. schade ich war einfach mal den CEO mal zu halt so um die Wohnung ja kann man da gleich hochziehen oder irgendwann ja als ein Wasserquelle bauen er braucht auf jeden Fall ja verfahren ja ja ich hab noch drei jahre ja wow jetzt nicht mehr hm 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 ich bin mal auf das Haus bespannt ja äh t slash d m o die fei ost rhein tv so jetzt hast du hier doch Zugriff auf die Kiste da muss die Kiste schlagen so nicht habe ich so schon Zugriff auf deine Kiste ja ja aber du halt nicht äh aber nur auf die eine halt oder ich mach slash unlock dann hat aber jeder Zugriff da drauf ah ne das würde ich nicht machen weil wenn ich dann in der Farmwelt mal eine aufstelle ja nicht so geil ne mhm weil weißt du was wir könnten ja eigentlich hier den Berg auch so ein bisschen abtragen dann müssen wir nicht da so ne Mine gerade erstellen ja und das soviel brauchen wir ja eh nicht mehr ja ein paar Lücken noch wobei das hier ist das überhaupt noch ja komm damit schöner ist hier außen rum schau zu n höher Martoff üğ da jetzt nicht in Rom unfamiliar ne gehalten dafür hey bis zum nächsten heimlich weiß ich hey bis wie weit geht wo ich stehe ist das doch wirklich unser gebiet nein für die in dem gebiet nein du bist außerhalb ja ja ist aber scheißegal wenn du hier zu machst dann mach das nicht ja ich sag äh das geht nicht weiter hat wer redstone kaufe das an äußeren australen tv da was hat wer redstone kaufe es an außer australen tv da er meine keine tpa annimmt ich hab ich hab ja auch keine redstone kein äh stone was check nach konnte nicht gesendet werden wieso das ich bin hier glaube ich bin außerhalb des gebiets scheiß drauf soll ja ordentlich sein ja wir pflegen unser gebiet mhm in dieser oberste mhm er hat jetzt dritte mal oder so in der letzten halben stunde einen typen da weil man auf die reihe kriegt bis zu merken wo die sind hä außerhalb des gebiets eigentlich gerade am buddeln mutter er sagt wieso bei 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 sagst du dann im shop ich sag gar nichts im shop ich sag gar nichts im shop schönen tag noch und tschau tschüss tschüss